Vitalos von Vitalis De Niro. Ja, das ist nicht so viel zu sagen. Er hat alles gewonnen, was er gemacht so far. Er war Bundeschampion und er hat das Hanuraner-Championat gewonnen und hat so viele Zehn bekommen. Und von seinem Testreiter da in Warendorf hat er auch ein Zehn bekommen für seine Richtigkeit. Und ich finde, ja, natürlich, das ist sehr toll zu wissen, dass es nicht nur uns, das finde ich sensationell, aber auch der Testreiter da in Warendorf hat auch gesagt, ja, das ist Wahnsinn, so ein schönes Pferd. Er hat sehr viel Power, sehr viel Hinterbein, was man auch braucht in Zukunft für den Topsport. Und auch hier dem Anlehnung, dem, ja, guck mal hier, wie der richtig vorwärts zulegen kann und auch wieder zurück. Er hat ein bisschen angefangen mit ein bisschen so Außengalopp, dass die Pferde langsam lernt die Lektionen für diese fünfjährige Prüfung später im Sommer. Und das hat er auch kein Problem mit. Ja, ein super Job von Leonie. Ja, man kann es nichts falsch sagen. Herr, du hast mit ihm alles gewonnen. Vielen, vielen Dank und uns super, super gemacht. Ja, sieht man auch, wie fleißig er ist in seinen Hinterhand. Ein sehr, sehr tolles Pferd. Und ich finde ihn extrem positiv, weil er hat so viel Go. Also guck mal her, wie er seinen super Galopp benutzt und immer nach oben kommt mit seinem Vorderbein. Schritt, super Schritt, sehr kleinen Takt und genau genug Übertritt. Ja, vielen, vielen Dank, Leonie. Man macht einen super Job mit ihm. Ja, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020